Alle drei war Herzog von Bretagne und legte sich als Nachkomme des bretongischen Königs Céry Spödersen-Titel zu. Er war der Sohn und Nachfolger von Gottfriedi und der Hawaise von Normandie. Alle heiratete im Jahr 1018 Bertha von Blois, Tochter des Grafen Odo II von Blois. Beider Kinder war Allains Nachfolger Conan II und die Tochter Hawaise, welche die Mutter des späteren Herzogs Alei V. Virgin war. Alei führte Krieg gegen Graf Volko III, Nera von Anjou, später gegen Herzog Robert I. von Normandie. Die Beziehung zu Herzog Robert besserte sich dann aber so sehr, dass dieser ihm bei seinem Aufbruch zu einer Pilgerreise nach Jerusalem 1035 die Regentschaft in der Normandie für seinen damals achtjährigen Sohn Wilhelm II. übertrug. Um das Jahr 1030 gründete er die Abtei Saint-Georges bei Rennes, deren erste Äbtissin seine Schwester Adele wurde. Im Jahr 1034 richtete er für seinen Bruder Odo die Graf Schafpentivre ein. Alle drei griff in der Normandie zugunsten des jungen Herzogs Wilhelm ein, als dieser vom normandischen Adel bedroht wurde. Er wurde jedoch auf diesem Feldzug vergiftet und neben den ersten Herzögen der Normandie in der Kirche des Dreifaltigkeitsklosters in Fekamp bestattet.